Verwundert, um den Kanzler Gerhard Schröder zu zitieren. Waldemir Amur ist natürlich, wir wundern uns sehr, wir sind sehr verwundert, ist natürlich, wie hoch dieser Friedrich Merz eben die Brandmauern gewichtet. Und sozusagen diese AfD-Thematik. Daraus könnte man ja auch ableiten, dass der Mann, der Deutschland retten will, sich nicht mal zutraut, einen Thüringer Lokalpolitiker in Schach zu halten oder Regionalpolitiker, den Björn Höcke, der nicht mal in der Berliner Regierung sitzen würde. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Roger Köppel von der Weltwoche. Der haut ordentlich raus. Er spricht über alles, was sonst unter den Tisch gekehrt wird. Regierungsversagen, Missstände und warum so viele Deutsche frustriert sind. Wenn ihr wissen wollt, warum Köppel den Finger in die Wunde legt, dann bleibt dran. Das Video müsst ihr sehen. Auf geht's! Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern von wo aus, auch immer sie uns zuschauen mögen, alle Augen sind hier auf Weltwoche Daily gerichtet, auf das Hauptquartier der Meinungsvielfalt, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Ich melde mich zurück und begrüsse Sie auf das Allerwärmste bei bereits frostigen Temperaturen zur internationalen Ausgabe eben von Weltwoche Daily, weil es so schön ist, sage ich gleich nochmal, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 13. November 2024, gibt dem Weltuntergang keine Chance und selbstverständlich, einfach, falls Sie es vergessen haben sollten, wird auch Deutschland diese Misere überstehen. Diese selbstverursachte Politik-Misere. Ich habe ja darüber gesprochen mit Altkanzler Gerhard Schröder und dabei noch die falsche Latein-Konjugierung erwischt. Das heisst natürlich nicht, Valde Miramus, um Himmels Willen, alle Lateiner unter Ihnen dürften gleich aufgeschreckt sein. Ich habe es übrigens nicht falsch gemacht, extra. Manchmal streut man ja Fehler ein, damit der Zuschauer erwacht, um sozusagen die Interaktion zu stimulieren. Es gibt ja die alte Technik, man muss immer einen Fehler irgendwo reinschmuggeln, das löst dann Reaktionen aus. Nein, es war wirklich unfreiwillig. Es heisst Valde Miramur, die alte, katholische, sehr zurückhaltende, aber umso vernichtendere Formel der Kritik, mit der eben Kleriker ihr Missfallen an anderen fehlbaren oder versagenden Klerikern zum Ausdruck gebracht haben. Gerhard Schröder, auf meine Frage, wie sehen Sie Kanzler Scholz? Seine Antwort, Valde Miramur. Wie ein alter Indianer-Häuptling, der da sagt, schau den Vogelflug, das Quaken der Kröte. Valde Miramur. Er redet in Rätseln, aber nein, es gibt einen klaren Sinn. Man wundert sich, bzw. wir sind sehr verwundert. Das ist der Sinn dieser Aussage. Und wir sind in der Tat sehr verwundert. Nicht nur über Kanzler Scholz und seine Ampel, die jetzt da wild blinkend in alle Himmelsrichtungen im Verkehrschaos versinkt, das sie selber verursacht hat. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Auch Friedrich Merz überzeugt mich nicht. Aber vielleicht gibt es da ja noch Hoffnung. Nein, Hoffnung gibt es immer, aber es gibt auch eine Perspektive. Aber so wie das jetzt läuft, glaube ich, Also wenn Sie mich fragen, kommt das nicht so wahnsinnig gut oder zumindest nicht so gut, wie es eigentlich könnte. Tariq Cyril Amar, ein Historiker in Istanbul, schreibt über Russland, die Ukraine und Osteuropa und jetzt eben über die Ampel und Deutschland. Und diesen Bericht habe ich einem Portal entnommen, das Sie in Deutschland gar nicht anschauen können. Da fängt ja die Misere schon an, dass wir anfangen, Zeitungen zu verbieten. Jetzt aus Russland. Dass da die russischen Portale nicht empfangen werden können in der EU. Ich meine, was ist denn da mit der EU los? Hat man Angst vor Russia Today? Ist man der Auffassung, dass die eigene Argumentationsgrundlage so himmeltraurig dürr ist, dass da ein paar Websites, gewissermassen dieses ganze Propaganda-Gebilde, das man ja mit der reinen Wahrheit verwechselt, dass dieses ganze Gebilde einstürzen könnte. Ja, dann müssen wir uns erst Rechtsorgen machen. Also wenn Russia Today stärker ist als die Europäische Union, dann können sie einpacken in Brüssel. Wenn Sie mich fragen. Also hier auf jeden Fall dieser Aufsatz. Und ich glaube, die Diagnose ist nicht ganz falsch. Ich höre das auch, wenn ich in Deutschland bin. Da sagen mir einige, für die Ukraine kann es nicht genug Geld geben, auch für die illegale Migration. In der ganzen Weltgeschichte verpulvert man das sauer verdiente Geld der Steuerzahler aus Deutschland, aber für die Deutschen selber bleibt dann zu wenig übrig. Sogar unsere Brücken stürzen ein. Das sind halt diese unabweisbaren Sinnbilder und diese so ekelhaften Metaphern und Verdichtungen, die man eben nicht so leicht wegbringt. Warum? Weil sie eben stimmen. Da ist was dran, meine Damen und Herren. Aber warum spricht es denn eigentlich niemand aus in den deutschen Medien, muss man sich fragen. Vielleicht muss man deshalb eben diese Ausländer verbieten, weil sonst könnte ja niemand noch auf die Idee kommen, dass da irgendetwas nicht so gut läuft bezüglich der Ukraine-Politik. Die Musk-Schockwelle kommt, titelt heute Morgen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donald Trump gibt dem Multimilliardär eine Aufgabe an der Spitze eines neuen Beratungsgremiums. Elon Musk soll die Bürokratie zerlegen. Das bringt massive Interessenkonflikte mit sich. Mir fällt einfach auf, dass diese FAZ allmählich in ein klassenkämpferisches Vokabular verfällt. Der Multimilliardär, der globalistische Multimilliardär. Da hören wir fast schon etwas Attac heraus. Attac, das waren ja diese Globalisierungsgegner. Die Musk-Schockwelle, die Schockwelle der Schock-Entschuldigung. Ich habe immer gedacht, die FAZ sei ein bürgerliches Blatt auf dem Boden der Marktwirtschaft. Elon Musk ist der erfolgreichste Marktwirtschaftler der Welt. Er ist der erfolgreichste Unternehmer der Welt. Und das sehen Sie daran, dass er der reichste Unternehmer der Welt ist. Ja, er ist Multimilliardär. Aber wenn man das eben immer herausstreicht, dann hat das einfach so einen Gou, ein Geschmäckle, wie man da in Deutschland zu sagen pflegt. Und das ist eben die Tonalität der Globalisierungskritiker. Das ist die linke Tonalität, die ich früher an der Uni oder am Gymnasium auch gehört habe. Dabei muss man es doch ganz anders sehen. Ich erwarte von einer FAZ, dass sie ein Loblied singt darauf, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt die Unternehmer übernehmen. Die Unternehmer übernehmen die Verantwortung im Staat. Sie übernehmen nicht die Macht. Das ist wieder dieses Vokabular, völlig übersteuert aus der eigenen deutschen Geschichte. Es ist keine Machtergreifung. Deutschland ist keine Diktatur. Entschuldigung, Demokratie, die haben starke Institutionen. Unternehmer übernehmen das Ruder in einem schlingenden Staatsschiff. Und das ist eine gute Nachricht. Und ich würde mir wünschen, wir hätten in Europa mehr Unternehmer in der Politik. Aber diese geschlossene Abteilung da, diese Festung, diese Wagenburg, das ist mein Eindruck, da arbeiten eben die Berufspolitiker, die lebenslangen Berufspolitiker daran, Entschuldigung, die Berufspolitiker, die sie sonst vermutlich nicht unbedingt brauchen könnten in der Privatwirtschaft, viele von ihnen jedenfalls nicht. Wie soll man das auch können? Sie haben ja gar nicht die Erfahrung. Es ist nicht mal gegen diese Politiker gerichtet. Was erwarten Sie von einem Menschen, der von seiner sozusagen Schulbank direkt dann mehr oder weniger über die Ausbildungen in die Parlamente hineinrutscht. Die wissen gar nicht, wie es ist, Geld zu verdienen. Die wissen nur, wie man Geld ausgibt. Und zwar nicht ihr eigenes, sondern ihr Geld. Also das ist für mich eine klar gute Nachricht, dass wir in Amerika jetzt die Unternehmer haben. Und wir sollten in Europa mehr davon haben. Aber eben unsere Wagenburgen, diese Berufspolitiker-Festungen, die arbeiten daran, eben keine Outside reinkommen zu lassen. Und darum ist das übrigens auch eine ganz bemerkenswerte Nachricht, dass es Donald Trump noch einmal schaffen konnte, dieses Comeback des Jahrhunderts. Das ist eine bemerkenswerte Meldung. Das ist ein Phänomen. Denn vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, lag er da nieder. Vollkommen am Ende, am Boden nach dem Sturm aufs Kapitol. Die Partei wollte ihn nicht, die Zeitungen waren gegen ihn, die Gerichte hatte er am Hals. Alles war gegen ihn. Trotzdem hat er es geschafft, gegen den Deep State, gegen das Establishment. In den USA regiert eben nicht der Deep State, sondern immer noch der Bürger, die Bevölkerung. Und Trump hat ein überwältigendes Mandat der Bevölkerung bekommen. Dieses Phänomen hat man bei uns noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Das heisst, in der Demokratie kann der Bürger den Unterschied machen. Und Sie sehen in Amerika, wer der Chef ist. Das sind eben nicht diese Apparatschicks. Und in Europa müssen wir aufpassen, dass da nicht eine Oligarchie dieser Apparatschicks dafür sorgt, dass eben solche Aussenseiter aus der Wirklichkeit, aus der Marktwirtschaft, ja schwer erziehbare, Verhaltensauffällige, nicht Leute des Mainstreams. Aber meinen Sie, wenn Sie Mainstream sind, können Sie sich wie Maske ein Milliardenvermögen verdienen. Vergessen Sie es. Nur Exzentriker, Leute, die den Mut haben, es anders und besser zu machen als andere, können überhaupt in diese Stratosphären des Reichtums aufsteigen. Abgesehen davon müssen Sie auch noch ziemlich viel drauf haben. Das ist einfach etwas, was Sie so locker aus der Hüfte hinkriegen. Und gewissermassen die institutionalisierte Respektlosigkeit, jetzt auch der Medien und auch der bürgerlichen Medien, die in dieser Wortgebung mitschwingt, ja der Multimilliardär, die Schockwelle, die verkennt natürlich, was für eine gewaltige Leistung so ein Elon Musk vollbracht hat. Egal, ob man jetzt alles richtig oder falsch findet, was er sagt. Wir müssen wieder die Unternehmer hier nach vorne bringen. Gerade auch in Deutschland, wissen Sie, was sie den Unternehmern verdanken. Auch den Managern, den Führungskräften, auch den Mitarbeitern, den Leuten, die Verantwortung übernehmen. Die eben nicht sich das Leben bezahlen lassen von anderen, sondern die selber die Lebenslasten tragen und die Steuern zahlen. Das werden immer weniger. Wo ist eigentlich die Wertschätzung da? Wo sind denn da eigentlich die bürgerlichen Medien, die das würdigen? Unkonventionell. Trump will Fox-News-Moderator zum Verteidigungsminister machen. Das ist doch interessant. Das sind gute Möglichkeiten. Neuwahl am 23. Februar. Scholz gescheiterte Verzögerungstaktik. Auch das lese ich in der FAZ. Wieso kritisiert eigentlich niemand den Friedrich Merz? Mein Friedrich Merz ist ja der mutmassliche Nachfolger. Er muss Deutschland... Ja, retten ist ein bisschen hochgehängt, aber sagen wir mal retten. Überspitzen wir es mal ein bisschen. Friedrich Merz ist der designierte Retter der Bundesrepublik. Was macht dieser Retter? Dieser Retter ist nicht bereit, selber heute Morgen ein Misstrauensvotum einzubringen. Er hätte mühelos die Stimmen. Warum macht er das nicht? Weil er dann die Stimmen der AfD hätte und das will er vermeiden. Wir haben gestern darüber gesprochen. Friedrich Merz stellt die AfD über Deutschland. Friedrich Merz stellt Björn Höcke über Deutschland. Friedrich Merz stellt seine Brandmauer über Deutschland. Um seine Brandmauer aufrecht zu erhalten, um seine Brandmauer zu retten, läuft Friedrich Merz Gefahr, die Bundesrepublik Deutschland zu verspielen. Das ist hier die Ausgangslage. Man muss sich doch mal das im Ernst der Lage vor Augen führen. In Deutschland geht die Wirtschaft senkrecht den Bach rund. Warum? Weil eben Leute wie Merz die bedingungslose Konfrontation gegen Russland predigen. Dadurch hat man sich abgeschnitten von günstigen Energieversorgungen aus dem Osten. Das hat die Energiekosten nach oben katapultiert, verbunden mit der Merkelschen Politik des Atomausstiegs, diesem Populismus, der Deutschland schadet. Und ausgerechnet Merz, der grösste Merkel-Kritiker, der Mann, der ja von Frau Merkel gewissermassen vom Acker gejagt wurde, damals, ich weiss noch, 2005, 2004, die hat während seiner Abwesenheit sein Büro räumen lassen. Ein unglaublicher Affront. Ich kann Friedrich Merz verstehen, dass er da einen Groll hat. Aber er muss aufpassen, dass er nicht zu Merkel 2 wird, das sozusagen in eine Art griechisch-antik- tragödienhaftes Schicksal ereilt. Dass er genau das macht, was er eigentlich nie machen wollte, nämlich genau das gleiche wie die Person, die er am meisten ablehnt. Das ist die Tragödie des Friedrich Merz. Und wenn er natürlich jetzt hier eine Politik macht, noch übertrumpfend, das, was Frau Merkel hier vollzog, wenn er Deutschland die Energiereserven raubt, wenn er sich da sozusagen am Nasenring der Neocons in Washington jetzt auch noch in eine Konfrontation mit China hineintreiben lässt, und so redet er eben und einzelne seiner Partei, wie zum Beispiel der Roderich-Kiesewetter, der da wettert und Donnerwettert über die internationale Lage, ist ja okay, dass es solche Leute gibt, die sollen ja auch ihren Auslauf abern und ihre Meinungen, aber man darf sie nicht unwidersprochen einfach hier den Ton führen lassen. Also wenn die CDU sich in die Richtung entwickelt, dann wird es brandgefährlich, dann wirst du Deutschland niemals retten, dann wirst du Deutschland einfach noch tiefer ins Elend hineinreiten. Und was mich einfach hier verwundert, um den Kanzler Gerhard Schröder zu zitieren, Waldemir Amur ist natürlich, wir wundern uns sehr, wir sind sehr verwundert, ist natürlich, wie hoch dieser Friedrich Merz eben die Brandmauern gewichtet. Und sozusagen diese AfD-Thematik. Daraus könnte man ja auch ableiten, dass der Mann, der Deutschland retten will, sich nicht mal zutraut, einen Thüringer Lokalpolitiker in Schach zu halten oder Regionalpolitiker, den Björn Höcke, der nicht mal in der Berliner Regierung sitzen würde. Also ist Höcke zu stark, bist du definitiv zu schwach, um die Bundesrepublik zu retten. Ich meine, das müsste man hier einmal in aller Drastik noch einmal vor Augen führen. Kanzler Schröder, habe es gestern gesagt, muss es wiederholen, für alle, die gestern nicht dabei waren. Wir haben telefoniert. Ich wollte eben ein paar zitierfähige Sätze entlocken zu Kanzler Scholz und habe gesagt, ja nein, das schickt sich nicht, ich kann jetzt hier nicht aus dem Hof, aus der Pension heraus, aus dem Ruhestand über die Kollegen herfallen. Aber einen Satz, den möchte ich Ihnen diktieren und dann eben wie ein Indianer-Häuptling, Walde Miramur, nicht Walde Miramur, ist Walde Miramur, wir sind sehr verwundert und das ist tatsächlich in dem allgemeinen Getöse und der deutschen Politik mit diesem Geplapper, mit dieser Frenetik. Ja, da hört man eigentlich diese ruhigen, reduzierten Voten, fast am lautesten, Walde Miramur. Man wundert sich, wir sind sehr verwundert. Am 23. Februar findet nun also, ja, dieses Misstrauens oder diese Vertrauensabstimmung statt hat und dann glaube ich, wenn es schlecht ausgeht für Scholz, was sich abzeichnet, 21 Tage später müssen dann Neuwahlen stattfinden. Also es wird ein interessanter Start ins neue Jahr und da steht doch einiges auf dem Spiel, das sind jetzt Richtungswahlen. Wir haben es gesehen, auch in Amerika, es spitzt sich einfach zu, weil dieses Establishment-Raumschiff, dieser Mainstream, sich jetzt dermassen vergaloppiert hat in diesem links-grünen Progressivismus, der auch zunehmend autoritäre, intolerante Züge annimmt. Das wollen die Leute nicht mehr, das weisen sie zurück und in Deutschland stellen wir fest, dass ausgerechnet zu den Parteien, von denen alle am meisten waren aus dem Establishment, die haben am meisten Zulauf. Also Merz müsste, wenn er Deutschland, ich sage es nicht über alles, aber wenn er Deutschland zuerst stellt, Germany first, dann müsste er natürlich mit der AfD zusammenarbeiten. Das ist ja logisch, da haben sie die grössten Übereinstimmungen. Die CDU ist ja auch schuld daran, dass es die AfD gibt. Also wenn man hier die Verantwortung übernimmt für die politische Situation, müsste man sich auch dieser Realität stellen. Erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg, in der Kleinstadt Jüterburg, gibt es bald den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister in Brandenburg, der Parteilose. Arne Rauhe hat bereits einen Mitgliedsantrag bei der Partei gestellt. Ich gebe Ihnen jetzt eine todsichere Prognose ab. Auf die können Sie sich verlassen. Weder Brandenburg noch Deutschland wird untergehen wegen dieses AfD-Bürgermeisters. Und diese Erfahrung wird dann sehr augenöffnend sein. Und daran kann dann vielleicht Mauern sieht Merz Deutschland nicht mehr. Läuft er zumindest Gefahr, droht er zumindest Deutschland nicht mehr zu erkennen. Macht die Kreuze klar für die AfD ja das ist wunderbar wir schützen unser Land das ist unser Ziel mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil bis zum nächsten Mal.